Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt geht's los. Ach, herrlich. Ach, die Tasche. Was ist aber? Ach, ne, noch nicht da. Ich bin sehr gut. Ich will nicht mehr lachen. Ich besef es jetzt zu Ende. Vielen Dank. So, Manuel am Abend, Freunde. Jetzt bin ich gerade noch mal kurz nach draußen gegangen. Ein paar Minuten haben wir noch, dann müssen wir arbeiten. Ja, so ist das. Die Zeit warte ich noch ein bisschen. Jetzt bin ich gleich noch eine Milchschnitte eben und dann hat sich das. Ja, neuer Tag, neues Glück. Ich glaube, ich gehe mal rein, esse mir noch eine Milchschnitte und dann schauen wir mal. Ja, mal am Abend, Freunde. Wie ihr seht, habt ihr gesehen, ist der Tag oder zumindest ein bisschen der Wind vergangen. Aber jetzt bin ich wieder da. Ja, jetzt mache ich noch Pause. Mittagspause. Ja, mal am Abend, Freunde. So ist das. Jetzt ist gleich mein Essen. Fertig. Ein bisschen Curry. Und dann läuft das. Ich habe den Hunger. Lecker. Kann man essen. Oh ja, lecker. Mmh. Mir schmeckt's. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr was esst. Ja, mal am Abend, Freunde. Sind wir hier was los? Ich bin auch mal am Abend. Die Aufgabe. Ja. Leckerer Püree. Mmh. Guck mal am Ende. Röchner Püree. Röchner Püree. Ja, Mahl am Abend, Freunde. Ich werde noch ein bisschen weiter essen. Ich würde sagen, das war es heute mit Mahl am Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier ab 19 Uhr. Also macht es gut und ciao. Oh, no.